Das wievielte Glas ist das jetzt? Na wenn schon, Jesus hat auch Wein getrunken. Stell dir mal vor, wir schließen den Vertrag heute Abend ab. Woran musst du denken, wenn du es dir ansiehst? Ich muss dabei an das Schlimmste denken, das ich mir vorstellen kann. Du hilfst mir morgen. Es bringt uns ja wohl Geld. Einer muss die Brötchen verdienen. Warum muss das immer ich sein? Du bist eben Maskuliner. Sie sehen ja aus wie eine, mit der ich auf dem College war. Hi, Veronica. Mein Gott, das ist die Party meines Mannes. Wow, ich dachte, die Jungs wären schwul. Die benehmen sich so. Geh, 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 geh. Mein Mann ist nicht schwul. Wir haben einen Sohn. Pass doch auf. Bedauernswert. Du bist eine Kellnerin. Du bist ein scheiß Vorzeigepüppchen. Mrs. Salt, mein Name ist Dr. Jones. Sie haben die letzten zwei Jahre im Koma gelegen. Was? Sie haben also alles verkauft. Mein Gott. Ich freue mich, dass Sie das Bewusstsein wiedererlangt haben. Sie haben kein Geld mehr. Sie sind schwanger. Aber da steht Polyester. Polyester ist nicht gut für Babyhaut. Sie haben keine Familie. Sie sind pleite. Aber Sie sehen ziemlich hübsch aus in Ihrer Uniform. Ich habe wegen dir alles verloren. Ich habe niemanden kennengelernt. Sie haben alles verloren. Es gibt nichts mehr für mich zu tun, außer dich zu vernichten. Wieso kommst du nicht rein und ich mache dir zuerst was zum Frühstück? Life is short, realize you do not live twice. Life is short, realize you didn't live twice. Life is short, don't you see how fast hours flee? NANANANANI